Hallo Retro-Fans, es ist endlich soweit. The Last Committee ist nun vorbestellbar. Euer Film mit den 80er-Legenden. Mit dabei Mattes Landwehr, Billy Blanks, Kurt McKinney von Karate-Tiger, Cynthia Rothrock, Moe mit Kissy aka Tongpo, Matthias Soos und noch viele mehr. Sicher dir jetzt dein Mediabook oder dein Stilbook auf Amazon.de. Unterstütze einen Film von Fans für Fans. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sean David TV. Ihr seht den Mann gerade hier in eurem Blickwinkel und ihr seht noch einen anderen Mann in dem anderen Blickwinkel. Und zwar, Manu ist heute zum ersten oder zum zweiten Mal da, weiß ich nicht, welche Folge zuerst kommt, von Filmfressen. Hallo mein Lieber. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, danke, dass du heute bei einem der wichtigsten Themen aller Zeiten mit dabei bist. Und ich glaube, dass dein T-Shirt unseren Zuschauern schon leicht verrät, worum es heute geht. Denn wir reden heute über Masters of the Universe slash E-Man. Ja, ich war auch extra noch im Fitnessstudio, vorher noch ein bisschen den Pump abgeholt, weil E-Man ist natürlich auch körperlich, wie man bei mir sieht, ein sehr großes Vorbild. Ja, ja, ich muss auch ehrlich sagen, als du durch die Tür gekommen bist, ich wusste gerade nicht, also ihr seid euch zum Verwechseln ähnlich. Frisur auch natürlich. Ja, 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 ja. Unterbuchst auch. In der Tat, ja. So, also, bevor wir jetzt das Ganze in eine Richtung bringen, wo wir uns über E-Man lustig machen und er aber eigentlich so unser Wegweiser im Leben ist. Die Sendung Masters of the Universe, oder auf Deutsch ja auch im Tal der Macht, ne, hab ich gesehen seit, weiß ich auch noch nicht so lange, dass das so genannt wird. Und die Sendung wurde ja von 1983 bis 1985 produziert und kam im Jahre 1988 zu uns nach Deutschland auf Tele 5. Ja. Was waren denn deine ersten Berührungspunkte? Waren es erst die Figuren, war es erst die Serie, was war so der Ursprung, die Origin? Genau, Origin, gutes Wort. Ja, wir müssen ja sowieso erstmal sagen, dass wir über die klassische Serie sprechen, eben von 83, ne, es kamen ja noch ein paar Iterationen danach. Wirklich mein erstes, meine erste Erinnerung an Spielzeug ist He-Man. Ja. Also wirklich mit drei Jahren oder weiß ich nicht, wie weit die Erinnerung zurückreicht, war wirklich, ich hab mit Prinz Adam gespielt und ich hatte diese, heute bei Sammlern sehr begehrt, diese He-Man und Skeletor mit der Kassette. Ja. Erste Folge oder weiß ich nicht welche, in der Mitte so ein Doppelpack, ne, das hab ich geschenkt bekommen von irgendwelchen Verwandten. Meine Eltern haben mir diese He-Man-Figuren geschenkt und das war wirklich ein sehr, sehr großer Teil meiner Kindheit. Bis heute, also ich hab Castle Greyskull und Snake Mountain noch bei mir stehen und noch ein paar Figuren. Die paar, die ich nicht verkauft habe, irgendwann kommt man halt auf diese blöden Ideen. Poste mal kurz in die Kommentare, ob ihr genauso dämlich wart wie wir und einfach diese Figuren ihr irgendwann mal verkauft habt, sorry. Ja, ja oder natürlich auch verschenkt teilweise an Familie, also ich hatte viele oder hab immer Cousins und Cousinen, dann haben die Cousins natürlich dann auch manchmal Spielzeug bekommen oder ich von denen. Aber auf jeden Fall waren es die Figuren tatsächlich, obwohl die Serie ja eigentlich die Figuren verkaufen sollte, war es so, ich kannte die Figuren und dann kam ja später erst die Serie. War bei mir genauso. Ich hatte erst die Figuren und Jahre, Jahre später erst die Sendung gesehen. Man muss ja dazu sagen und jetzt gibt es ja mehrere Möglichkeiten, wie wir diese Sendung angehen. Reden wir über den großen Impact der Figuren und dann ein bisschen über die Sendung. Klar, glaube ich, kann man auch ultra viel über die Figuren sagen, wobei mittlerweile schon vieles als Allgemeinwissen gilt. Nichtsdestotrotz ein paar Run-Facts hauen wir auch raus. Ich würde aber auch sehr, sehr gerne über die Serie reden, größtenteils. Wir wissen ja natürlich klar, dass He-Man slash Adam die Hauptfigur dabei ist und was... Spoiler. Ja, tut mir leid. Was für eingefleischte He-Man-Fans beziehungsweise was für die Fans, die eventuell zum Beispiel auch die Figuren hatten, wo noch diese kleinen Comics mit dabei waren, was vielleicht ein bisschen irritierend war, ist die Ausrichtung der Sendung. Also generell dieses kindlicher und freundlicher und auch komödiantischere Ausrichtung. Bedeutet das natürlich, dass Prinz Adam auch so ein kleiner, ich würde mal sagen, ja, Nichtsnutz ist, der sich für alles zu fein ist, auf nichts Bock hat und so weiter. Das hast du ja vorher überhaupt nicht so realisiert, dass diese Figur das sein soll. Und auch, dass generell auch, dass ein Orko dabei ist, der für Comic Relief sorgt. Also der Ton der Sendung war ja anders, als was man eigentlich erwarten würde. Ja, vor allem, wenn man ganz ehrlich ist, ist es ja auch ursprünglich Conan im Flash Gordon-Universum quasi. Ja, guter Vergleich, ja. Oder ist es von den Maschinen und so, du hast ja in Of Eternia, da ist einfach Magie und aber auch so fortschrittliche Technik gehen da so Hand in Hand. Und da ist es so, dass, also Conan war ja eigentlich auch ursprünglich so die Richtung, in die es gehen sollte. Richtig, genau. Beziehungsweise es wurde ja auch angefragt bei Mattel, meine ich sogar, Conan Spielzeug zu machen. Ja. Und die haben es abgelehnt. Ja, kennst du, weißt du, warum die auf Conan gekommen sind? Also wie letztendlich dann der Ablauf war, warum He-Man auch so aussehen sollte, wie er aussah? Nee, ich weiß das auf jeden Fall, das Modell hat, glaube ich, ein ehemaliger Bodybuilder auch gemacht. Oder also jemand, der auf jeden Fall im Bodybuilding irgendwie drin war. Richtig. Und pass auf, es war so, okay, jetzt reden wir doch ein bisschen über Spielzeug, wir halten es aber kurz. Es war ja so, dass Mattel verpennt hat, die Star Wars Spielzeuge unter Vertrag zu nehmen, was ja... Ja, das Angebot war da. Ja, richtig, wo die bis heute wahrscheinlich noch heulen. Aber da war auch die Deadline sehr kurz, ne? Ja, das wusste ich, genau. Das muss ja bis Weihnachten 77 sein, das haben die irgendwie nicht hingekriegt. Ja, Nutz Nieser war Kenner. Richtig, genau. Die sich bis heute noch die Finger reiben. Es war ja dann so, dass Mattel gedacht hat von wegen, okay, wie können wir jetzt dieses Schmach wieder gut machen, wie können wir konkurrieren? Und Mattel hat ja bekanntermaßen Barbie gehabt und immer noch und hat gedacht, okay, wie können wir jetzt ein Pendant machen, was denselben Stellenwert hat? Und dann haben sie Umfragen gemacht bei Kiddies von wegen so, welches, was interessiert euch am meisten? Polizei-Männer, ist es Soldaten, ist es Adventure-Abenteurer oder Fantasy-Conan-Figuren etc. Und da war der Hauptteil der Befragten, Kiddies, waren halt diese Conan-Figuren. Und deswegen haben sie gesagt von wegen, okay, lass uns da mal drauf fokussieren und gucken, dass wir da was mitmachen. Und ja, du hast recht, den ersten Entwurf hat ein ehemaliger Bodybuilder beziehungsweise eine Person, die sich sehr, sehr viel mit Bodybuilding beschäftigt hat, ja, erstellt. Aber so ist es dann quasi zustande gekommen. Ja, stimmt, da sollte ja der Film dann auch kommen, Conan mit Arnie natürlich. Und dann hat man gemerkt, oh, Conan ist aber Rated R. Das fühlt sich brutal, damit können wir ja nicht den Kindermarkt bedienen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum dann die Filmation-Serie später dann so kindgerecht geworden ist. Natürlich auch am Ende immer mit so einer Moral. Wir kriegen ja auch noch wirklich in die Kamera gesagt, so, liebe Kinder. Richtig. Weißt du wieso, weshalb, warum das so ist? Äh, nee, nicht im Detail. Okay, pass auf. Wisst ihr, manchmal freut man sich, wenn man jahrelang immer Dokus in sich reingefressen hat und keiner das nachvollziehen konnte. Für diesen Moment. Ich bin auch hier, um etwas zu lernen. Okay, dann teile ich mein Wissen mit dir. Also fangen wir erstmal von vorne an. Also, es war ja so, dass Mattel Filmation aufgesucht hat, von wegen, hey, könnt ihr eine Serie zu dieser Figur machen. So, und. Oh, da weiß ich nämlich, die hatten schon mal Hot Wheels gemacht. In den 60ern, 70ern. Ja, genau, genau. Und dann wurde dieses Gesetz gekippt, dass man gar keine Serien machen durfte, um Spielzeug zu verkaufen quasi. Richtig, da war. Und das wurde dann in der Reagan-Ära wieder revidiert. Richtig, genau, genau, genau. Ja, das weiß ich noch. Genau, so, und Filmation ging es zu der Zeit finanziell sehr, sehr schlecht. So, die sind auch nicht allzu lang. Also, Filmation gibt es ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Ich glaube, die letzte Sendung, die sie gemacht haben, war noch Brave Star. Wir sind im gleichen Universum. Richtig, genau, genau. Und Filmation hat dann quasi das Ganze dann gesagt, von wegen, ja, machen wir. Hat dann aber gesagt, anstatt die gewünschten zwei Specials, die ihr haben wollt, sollen wir euch nicht eine komplette Serie machen. So, für dasselbe Geld. Und dann hat, Ultraschlau für Mation hat direkt, und das gab es zu der Zeit noch nie, 65 Folgen sofort produziert. Ja. Und, ähm, ja, und zu dem, was du vorhin noch gesagt hast, es musste aber eine Moral am Ende immer erklärt werden, weil es zu der Zeit, ähm, Riesenpalaver von Eltern gegenüber Zeichentrickserien gab. Von, von wegen, äh, die Zeichentrickserien sind zu brutal, sie machen unsere Kinder kaputt. Deswegen hast du zum Beispiel für viele, viele Jahre, gerade Anfang der 80er, so, das, das krasseste, was es damals gab, war Scooby-Doo. Ja, kenn ich auch noch. Ja. Also, da muss man aber immer so sagen, ne, wir reden dann davon, amerikanische Eltern, in den USA. Ja, ja, natürlich, natürlich in den USA, natürlich, natürlich, natürlich. In Deutschland war es nochmal eine ganz andere Geschichte, so, aber deswegen um, 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 um diesen, diesen, ähm, diese, wie nennt man das, FCC, oder auf jeden Fall diese Kontrollen. Ja, die FCC, ja. Genau, diese Kontrollfirma, die dann quasi, wo deine, deine Sendung durch, äh, durchlaufen werden muss und geguckt werden, äh, geguckt werden muss, von wegen, ist die Moral der Sendung vernünftig? Mhm. Ähm, deswegen hat, äh, Filmation gesagt, pass auf, wir machen am Ende immer so ne Botschaft rein, damit es auch wirklich jeder Depp versteht, so, und damit es halt durch den, durch den Filmzoll durchläuft. Hatte G.I. Joe auch? Richtig. Und ich glaub, Mr. T. auch, aber ich glaub, bei Mr. T. bei der Serie war's sogar der komplette Aufhänger. Es, 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 es gab, äh, also fast alle Sendungen hatten das da, also, äh, auch, auch Brave Star hatte das, also, es war wirklich gang und gäbe, gang und gäbe bei vielen Sendungen. Ich sag aber ganz ehrlich, ich fand das nicht, also, mich hat's als Kind nicht genervt, so, und ich find das auch, äh, jetzt aus, aus rückwirkender Sicht, find ich das gar nicht so verkehrt. Ich hab mit meiner, äh, Ex-Frau Riesenpalaver gehabt, wenn es darum ging, von wegen, was für Sendungen darf mein, mein Sohn gucken. Und ich hab ihm gesagt, ey, ganz, äh, ich find es gut, wenn Kinder die richtig, äh, viel gute Sendungen gucken, weil ich hab zum Beispiel mein Verständnis von Gut und Böse, hab ich durch die Sendungen gelernt. Das basiert komplett, äh, hier auf Masters of the Universe und so weiter und so fort, ja, klar. So, das, das, das musst du aber erst mal Leuten, die nicht damit aufgewachsen sind, äh, erklären, was für einen Mehrwert diese Sendung doch bringen. Ja, gut, das, äh, sind so Diskussionen, kenn ich von meiner Schwester auch, die auch, als mein Neffe noch sehr jung war, auch gesagt hat, nee, Spider-Man noch nicht mit dem Gucken, das ist zu aufregend, äh, und Batman noch nicht. Und ich immer so, ja, aber, äh, wann beginnt denn hier die, äh, wie heißt das, die Früherziehung für Filme und Serien? Und, hallo, ne, hat's uns geschadet damals? Nein. Vielleicht? Nein, war alles super. Natürlich nicht, nein, ganz ehrlich, ähm, das, was sich, äh, was wir uns als Kinder auch schon ausdenken konnten und gezeichnet haben, gemalt haben und so, da werden wir auch gleich noch drauf zu sprechen kommen, war doch immer noch wilder und noch verrückter. Als das, was wir eigentlich gesehen haben. Ja, und das, was wir gespielt haben mit den Figuren, das war viel krasser als das, was die Filmation He-Man and the Masters of the Universe Serie uns geboten hat, wenn man das nämlich aus heutiger Sicht betrachtet, könnte man überrascht werden, was da alles passiert, beziehungsweise was da nicht passiert. Richtig, 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 richtig. Was, was ich im Nachhinein so, so krass finde ist, und das halt auch alles wieder so wissen, was ich mir durch Dokus, äh, angeeignet hab, dass, ähm, Filmation anfangs gedacht hat von wegen, ja, die Sendung, wir wissen nicht, ob das sich überhaupt jemand anguckt. Und dann, als die erste Folge fertig war, haben sie auch Mattel eingeladen und die konnten sich dann halt die Folge angucken und dann haben sie alle gesagt von wegen, okay, das ist ein Mega-Hit. So, das heißt, keiner wusste am Anfang von wegen, kann das funktionieren, so, aber dann, als es fertig war, auch gerade mit dem Intro-Song, ne, also. Also, ja, ähm, ich hab ja natürlich jetzt auch mal wieder in den vergangenen Tagen so ein paar Folgen mir reingezogen und ich hab halt die ganze Zeit, das, da, 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 da. Ultraman, ja. Und das ganze Zeug, ne, by the power of grace comes. Es ist so geil. Es ist so geil. Sorry, Leute, dass ich jetzt gerade so viel laber, ich entschuldige mich, aber das ist halt wirklich so ein Passion-Ding hier, dieses Thema. Es ist absolut die Kindheit, aber es ist doch deine Sendung, es ist doch deine Chance. Ja, aber ich versuche ja immer den Gasten auch viel reden zu lassen, aber hier sprudelt gerade raus. Was ich noch sehr interessant fand, war, dass Mattel damals auch, als sie auf He-Man gekommen sind, auch wieder bei Kindern recherchiert haben, beziehungsweise beobachtet haben, was so das ist, was die Jungs in dem Alter so begeistert und bewegt. Und da war deren Beobachtung von wegen, dass Jungs immer gesagt haben von wegen, ich hab die Power und du machst jetzt das, was ich dir sage und so weiter. Und daher kam dieses I have the power. Genau, die Kontrolle haben. Genau. Und mein Sohn zum Beispiel, ich hab den, ich hab ihn halt, das He-Man-Intro schon 500 Mal gucken lassen. Er denkt auch, He-Man-Folgen gehen eine Minute, weil das ist das, was er immer sieht. Und das Erste, was er nach zwei Mal gucken, was er wiedergegeben hat, war, I have the power. Ja, die hießen ja ursprünglich Lords of Power. Richtig, genau. Daher kommt das. Und das ist auch das Powerschwert quasi, mit der guten und der bösen Seite. Also hier ist auch die Rollenverteilung ist ganz klar. Skeletor und seine Mannen sind, und Frauen auch, sind die Bösen ganz eindeutig. Und da gibt's auch nicht viel dazwischen. Und He-Man und King Randor und die ganzen, das Königreich da auf Eternia, das sind die Guten. Und, aber wie gesagt, das hat uns natürlich geprägt. Und He-Man hat wirklich meine komplette Kindheit geprägt. Und ja, vor ein paar Jahren, als ich das, als ich das nochmal wieder entdeckt habe, so ich hab noch ein paar Figuren und so weiter. Und dann kommt das dann auch mal wieder auf den Streaming-Dienst und so weiter. Es ist natürlich retro geprägt. Es ist aber einfach total geil, das so abzufeiern. Also ich hab da wirklich viele Erinnerungen dran. Mein Vater hat mir auch erzählt, also wie häufig, wir hatten nicht so viel Geld, muss man sagen, damals. Und diese Figuren waren natürlich dann teuer. Vor allem ich hatte sehr viele davon. Ja, ich auch. Nichts zu essen, aber die Figuren. Ja, ganz so schlimm war es nicht. Also meine Eltern haben da immer Prioritäten gesetzt. Aber wenn ich dann so neben meinem Vater stand im Spielzeugladen damals noch und dann so geguckt habe, das ist schon sehr teuer. Und mein Vater, das hat sein Herz gebrochen. Und er ist dann auch da total aufgeweicht und hat gesagt, naja gut. Und dann sind wir nach Hause gekommen und hat dann meiner Mutter gestanden, dass er dann doch noch eine He-Man-Figur gekauft hat. Sehr schön. Also es verbindet wirklich, also jetzt gibt es ja diese neue Origins-Line. Und das habe ich meinen Eltern auch so erzählt von wegen, hey, die sind neu aufgelegt und es tut mir leid, aber ich habe für 30 Euro habe ich mir Castle Greyskull gekauft. Und meine Eltern so, ist doch voll geil. Ja, ja, ja. Weil die sich auch noch so dran erinnern, was das für ein großer Teil war. Und das ist halt das Ding. Einmal, man sagt ja oft von wegen, okay, eine Sache hat mich geprägt. Aber ich glaube, als 80s Baby, das ist schon, glaube ich, so das Massivste, was so uns jungen Generationen, so, also ich glaube, es gab einfach nichts Größeres in den 80ern für uns in Deutschland, so was, was das anging. Also jedes Kind hatte Figuren, jedes Kind hat da mitgespielt, so, es war überall Gesprächsthema, so und, und, und. Es hat wirklich Jahre uns begleitet. Richtig, genau. Das muss man sagen. Es war halt nicht so ein ein, zwei Jahres Ding, sondern wirklich halt gefühlt ewig lang. Und es gab auch alles. Richtig, genau, genau. Die Fahrzeuge, Schlösser, Bettwäsche, Hörspielkassetten, die dann irgendwann rauskamen, die auch einen riesen Impact hatten. Oh ja, Malbücher. Richtig, alles. Und es war der, es war der Himmel. Ich muss dir kurz von einem riesen Trauma erzählen. Oh nein. Und es ist, wir haben ja schon drüber gesprochen, dass du sagst von wegen, ich weiß nicht, ich war drei, als ich das geguckt habe. Komischerweise kann man sich an manche Dinge erinnern, die einfach so 38, 40 Jahre her sind, einfach weil sie so einprägsam sind. Wir hatten auch damals wenig Geld und ja, es klingt jetzt so von wegen, wir hatten wirklich wenig Kohle. Also meine Mutter hat meine Klamotten gestrickt und wir konnten uns keine Karnevalskostüme leisten. Deswegen bin ich als einziges Kind in der Schule ohne Kostüme an Karneval rumgelaufen. Aber gut, will nicht rumheulen. Und dann hatte ich Geburtstag und dann sind meine Eltern mit mir in den Supermarkt gefahren und ich saß im Einkaufswagen. Und dann haben sie gedacht, da darfst du ja aussuchen, was du willst. Und dann durfte ich mir ganz, ganz viele He-Man-Figuren in den Einkaufswagen packen. Und dann sind wir, Traum, Traum eines Kindes. Und dann sind wir zur Kasse gefahren und meine Eltern haben die dann so auf die Kassenband gepackt. So und dann 173 Mark und so und so. Und ich sitze im Kinderwagen und ich sehe, wie meine Eltern sich angucken. So teuer sind die. Nee, das können wir uns nicht leisten. Wieder raus, raus, raus und wieder zurückgehangen. Und anstatt, dass es zehn, elf, zwölf Figuren waren, waren es halt zwei. Weißt du welche noch? Das weiß ich nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es mein Kinderherz gebrochen hat. Ja, klar, natürlich. Ja, die haben das auch wirklich gut hinbekommen, dass man da halt Bock drauf hatte auf diese Figuren. Die waren total abgefahren. Es gab verschiedene Monster und so weiter, die dann auch eben in verschiedenen Charakteren geufert sind für die Serie. Und die hatten halt diese Action-Features. Action stand halt im Vordergrund. Klar, du hast die Power, du kannst bestimmen, wer hier gegen wen kämpft und wie die kämpfen. Aber eben, das war sehr Action-lastig, wie die 80er halt generell. Das ist einfach der Hammer, ja. Wenn wir uns die Sendung jetzt, ich weiß nicht, wann hast du sie das letzte Mal gesehen oder reingeschaut? Gestern. Gestern, okay. Und ich weiß, He-Man ist ein sensibles Topic. Das habe ich gesehen, als ich die Folge mit Daniel Schrockert gemacht habe über Masters of the Universe mit Dolph Lundgren. Das ist schon ein sehr sensibles Thema, wenn du etwas bei den He-Man-Fans sagst, was sie nicht hören wollen. Okay. Gibt es direkt Theater. Deswegen, aber ich sage meine ehrliche Meinung. Ich habe da wahrscheinlich auch eine kontroverse Meinung zu der Serie. Okay, gut, pass auf. Die Animation von, also jetzt rückblickend, generell von Filmation war nicht die hochwertigste. Das finde ich auch, wenn du es dir jetzt anguckst und vergleichst mit, was zu dem selben Zeitpunkt auf dem Markt war. Da war Filmation, hatte zwar ihren eigenen Style und es hat immer noch einen geilen Charme und ich gucke es mir immer noch gerne an. Aber es ist nicht das hochwertigste. Ja. Aber was die Sendung einfach hat und da stehe ich bis heute noch zu, es hat mit einer der geilsten Regular Appearances, also wiederkehrende Aufkommnisse, wenn He-Man sich verwandelt, ist das für mich gleichzusetzen wie beim Sex zu kommen. Es ist einfach so das Highlight überhaupt. Du weißt von Anfang an, okay, du sitzt als Kind und wartest, bis dieser Moment kommt, du stehst auf, tust selber so, als hättest du das Schwert, du sprichst mit, ich habe die Macht oder ich habe die Zauberkraft. Natürlich. So und, und. Du siehst das erste Mal Brüste, ja, also jetzt für hetero Männer. Und du siehst das zehntausendste Mal Brüste und das ist immer wieder ein Erlebnis. Ja. Und so ist das halt da auch. Ja. Das muss man sagen. Die Animation, ich meine, du hast ja gesagt, ne, die haben, die haben für wenig Geld dann sehr viel produziert und deswegen haben die halt sehr viel recycelt. Richtig, genau. Ja, diese ganzen Animationen, man merkt es, viele Bewegungsabläufe kommen immer wieder vor, sind sehr ähnlich oder sind auch nicht so ausgeklügelt. Richtig. Also die bewegen sich schon sehr. Holprig. Ja, klobig und so weiter oder halt auch manchmal gar nicht. Richtig, ja. Immer die gleichen Hintergründe und so weiter und so fort. Als Kind hat das natürlich null gestört und ich würde auch jetzt nicht sagen, dass es halt total schlimm ist, man merkt es aber, man sieht das schon eindeutig, dass da nicht so viel Kohle drin war. Und wenn man dann noch weiß, okay, die haben es gemacht, um Spielzeug zu verkaufen, dann denkt man, okay, gut. Aber ich hatte trotzdem Spaß. Ja, das ist halt das Ding. Also, und das ist auch eine Sichtweise, die ich jetzt über die Jahre auch entwickelt habe. Man muss halt immer bedenken, okay, für wie viel Geld haben sie was gemacht. Wenn du wenig Kohle hast, dann klar, dann darf die Messlatte auch halt nicht hier auf Disney-Standard sein, sondern man macht halt das, was halt für das Geld möglich ist. Und es hat ja bei uns funktioniert. Ich meine, die Sendung, alleine, dass wir jetzt, keine Ahnung, 40 Jahre später drüber reden, zeigt ja, dass sie was richtig gemacht haben. Es ist ja immer noch relevant bei uns. Und ich finde immer noch viele Dinge in der Sendung, die ich ultra gut finde. Ich habe jetzt gerade klar den Moment angesprochen. Die Musik finde ich immer noch super ansprechend. Ja, 100 Prozent. Und so, die bis heute, finde ich, ich kann dir nicht beschreiben, welche Zeichentrickserie einen ähnlichen Klang hat von den Melodien und den Instrumentierungen her. Für mich klingt das, also, ich kenne nichts Vergleichbares. Für mich ist das 100 Prozent He-Man-Sound. Das ist unverkennbar. Ja, ja, das stimmt. Und wie gesagt, es hat ja diese ganzen geilen Tropes der 80er. Es hat eben so diese Conan-Ästhetik vom Barbar, so dieses Schwert-Axt. He-Man hat ja auch eine Schweit-Axt, die jetzt in der Serie nicht so häufig vorkommt, aber sowas halt. Aber dann so die Fantasy-Elemente, sage ich mal, und dann aber eben auch so diese futuristischen Fahrzeuge und so weiter. Oder diese Gleiter, auf denen sie sich bewegen. Das ist ja, das ist ja Flash Gordon. Richtig. Das brauchen wir ja gar nicht drüber, das brauchen wir ja nicht unter den Tisch fallen zu lassen. Aber Flash Gordon ist ja auch geil. Ich wollte gerade sagen, ja. Und diese Mischung dann zwischen Conan ist ja auch geil. Und dann kann ja die Mischung davon nicht schlecht sein. Richtig, richtig. Und das ist zum Beispiel, was bei Batman ja auch immer das Starke ist. Der hat ja auch so alter Ego, wie Superman auch und so weiter. Batman ist als Figur sehr, sehr cool. Aber Batman hat auch zum Beispiel beim DC, im DC-Universum, meines Erachtens, die geilste Schar an Bösewichten. Ja. Wobei He-Man finde ich auch, also ja, ich bin bei dir. Genau, das ist mein Punkt, dass He-Man das nämlich auch hat. Ja, gut, dass du das sagst. Batman hat für mich, wirklich was das angeht, ist Batman-Königsklasse. Ich glaube, es gibt kein Franchise, wo die Palette und die Vielfalt der Bösewichte so hervorragend ist. Also es hätte ja schon gereicht, wenn Batman nur Joker hat. Und du würdest trotzdem sagen, Batman ist ganz, ganz weit oben mit damit. Aber durch die Palette an ultrageilen Charakteren ist es schon unfassbar gut. Und bei He-Man zum Beispiel, Skeletor, brauchen wir nicht drüber reden, ist, glaube ich, für uns 80s Babys. Und wenn er nicht Nummer 1 oder 2 ist, dann ist er spätestens Platz 3 der beliebtesten Bösewichte. Ich finde Skeletor sogar mit den geilsten Charakteren bei He-Man and the Masters of the Universe. Ich sag dir ganz ehrlich, Skeletor ist sogar die geilste Figur. Okay. Es war die geilste Actionfigur. Also ich hab da immer noch einen, zwei, drei von zu Hause. Finde ich, weil ein Totenkopf mit einer Kapuze und der hat auch so Muckis, wie Arnie oder He-Man halt. Der sieht am coolsten aus. Klar, der hatte in der Serie dieses... Und das ist... Das musste dann auch sein, weil sonst wäre es, glaube ich, zu gruselig. Und das ist so krass, dass du das ansprichst. Ich bin... Jetzt geht der Hate los. Ich bin bei der Stimme von Skeletor sehr zwiegespalten gewesen, schon immer. Ja, cool ist das nicht. Ja, du hast aber zu 100% recht. Es war wichtig, das so zu machen, damit Kinder das annehmen können. Genau. Hast du mal den Film He-Man und das Geheimnis des Zauberschwertes gesehen? Dieser She-Ra-Film? Genau. Wie als Kind gesehen, ja. Okay. Da hat zum Beispiel Skeletor eine dunkle Stimme. So, ja, ja, ja. Und die zum Beispiel gefällt mir voll gut. Also das hat mich voll angesprochen. Ähm, es fällt mir schwer, Skeletor über He-Man zu setzen, weil He-Man einfach mein King war. Ja. So, aber Skeletor, also wenn er nicht ebenbürtig ist, dann ist er halt 0,0000001 dahinter. Ich hab aber auch eine riesen, riesen Liebe für Hordak. Ja, finde ich auch. Es ist ja eigentlich, das hab ich später erst gecheckt, ja, der Gegenspieler von She-Ra, ne? Richtig. Ursprünglich. Ursprünglich, genau. Aber die wilde Horde ist halt auch sehr, sehr cool. Die wilde Horde ist halt hervorragend. Ja, ne? Da hast du, also gerade Hordak finde ich auch, muss ich sagen, ähm, die finde ich auch mega cool. Den hab ich auch in mehreren Varianten noch als Figur. Äh, geiler Charakter. Natürlich jetzt auch so sehr goofy, cartoony, wie er sich dann, also im Nachhinein, wenn er sich so zur Rakete verwandelt und so weiter und so fort, ne? Ist egal. Auch wieder so einen Totenkopf, dann mit Fledermäusen. Ich mein, guck mal, das ist doch schon so dieses düstere Fantasy-Element wieder drin, ne? So, aber kindgerecht. Ähm, äh, total geil. Und deswegen auch so die bösen Charakter alle, ne? Ich mein, Beastman, so der stumpfe Henchman. Sehr gut, ja. Evil Lynn, ja, die böse Zauberin stark. Die finde ich übrigens ganz, ganz, ganz stark. Ganz, 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 ganz stark. Große Liebe, ja. Ja, also da, ähm, ich überleg gerade von weiblichen Bösewichten ist sie, glaub ich, bei mir Platz 1 in den 80ern. Ich wüsste jetzt gerade nicht aus dem Kopf, wenn ich, wen ich höher setze. Ne, zu Recht, würde ich auch sagen, ja. Weil die halt auch clever ist, ne? Richtig, richtig, genau. Und weil die auch so ein bisschen intrigant ist und Skeletor auch häufiger mal so die Show stiehlt. Richtig. Oder so auf eigene Fausts, äh, agiert. Richtig, genau. Weißt du, wann ich mich in sie wirklich verliebt habe? Darf man gar nicht sagen. Im Realfilm? Ja. Ja, natürlich. Aber die Augen. Ey. Der Dame, okay, das ist doch klar. Ich verteidige ja bis heute den Film, ne? Ich weiß, dass das, und ich verstehe, warum ganz, ganz viele Hardcore-He-Man-Fans da ein Problem mit dem Film haben, weil ich als Kind auch, mein erster Eindruck war, das ist nicht He-Man, ja? Ja. Ich hab schnell aber gelernt, mich damit... Warum spielt das auf der Erde? Richtig, genau. Nicht auf Eternia? Richtig. Ultra viele Baustellen, ich hab aber gelernt, mich damit zu arrangieren. Und mittlerweile, ich liebe den Film. Ich liebe ihn, liebe ihn. Also, alle, sorry, ganz kurz, sollte ich es unterbrechen, aber genau da möchte ich nämlich positiv einhaken. Alles, was vor allem in Skeletors Welt da und um dem Thron passiert, ist absolut mega geil. 1A, 1A. Skeletor generell, Frank Langella. Ey, beste, beste Mann. Und da Mac Foster als Evelyn. Ey, ganz ehrlich, das ist ein 1 mit Sternchen-Sternchen. Wie sie aussieht, wie sie spielt, die Synchronstimme, die ganze Performance, es ist unfassbar. Und nachdem ich den Film gesehen hab, ich glaub, ich war da so 6 oder so, lass es 1990 oder so gewesen sein, nach dem Film war ich voll der Evelyn-Fan, beim Zeichentrickfilm auch, bei der Zeichentrick-Serie. Ja, kann ich absolut verstehen. Ja, bin ich auch dabei. Ich fand allerdings noch, also von den Figuren natürlich her, dann, also Spielfiguren und dann aber auch in der Serie, äh, Trapjaw halt geil. Ja, war eh mein Fan-Liebling. Natürlich, weil er mit seinen Armen da verschiedene Sachen machen kann und natürlich so ein Eisenkiefer. Das hat natürlich auch immer an der Beißer erinnert, hier von James Bond. Ja. War der damals schon draußen, ich glaub schon, ich weiß es nicht. Bei James Bond bin ich da nicht ganz so sicher. Web Store, auch stark, dieser Spinnentyp. Ja, ja, ja. Und was da so immer so für Monster halt auch waren, das war sehr kreativ. Fand ich auch immer ein bisschen kreativer als die guten Leute. Ja, ich glaub auch, dass es generell für solche kreativen Köpfe immer mehr Spaß macht, die Bösen zu machen als die, als die, die Guten. Weil bei den Guten musst du, glaub ich, immer so gewisse Grundlinien haben, von wegen nette Züge und nicht zu ausgeflippt. Und bei den Bösen kannst du halt komplett loony gehen und komplett kreativ sein. Ich überlege gerade, wenn ich, ähm, ich, ich zähle sie jetzt trotzdem zum He-Man-Franchise, weil ich sie auch ab und zu bei He-Man gesehen hab. Aber z.B. Mantana mochte ich, der mit den, äh, mit den, äh, Glubsch-Augen, Anführungszeichen, so, äh, Leech, ich weiß nicht, wie er auf Deutsch, äh. Ich kenne den auch nur unter Leech, ja. Ja, also der mit den, mit den Saugnäpfen da, den mochte ich auch, ähm, saugerne auch, wenn, wenn die auf, ähm, Iteria war das, ne? Äh, da wo, äh, wo Adora. Ja, das ist alles Wilde Horde, ne? Ja, genau. Ja, Iteria. So, ähm, generell und, boah, ich seh schon, ey, Dislike-Quote hier, eins zu eins. Ich mag auch das She-Ra-Franchise. Ich find, dafür, dass es, äh, eine Mädchen, äh, also, eine Mädchen-Zielgruppe hat. Ja. Find ich, haben sie sehr, sehr viele Sachen gemacht, die mich auch als Junge angesprochen haben. Ja gut, du hast ja allein schon Hordak drin, ne, die Wilde Horde und so. Also, ich kann mich da nicht so gut dran erinnern, weil ich das nicht so wirklich auf dem Schirm hatte. Also, ich kannte da auch das Spielzeug, weil das hatten Freundinnen von mir. Kann mich aber auch erinnern, dass viele Mädchen, in meinem Umfeld zumindest damals, auch mit He-Man-Figuren gespielt haben. Das ist cool. Und das auch sehr geil fanden. Das ist cool. Die erfahren wir jetzt nicht. Und die Sendung und die Serie auch geguckt haben. Das ist geil. Vielleicht hat dann aber diese Marketing-Strategie funktioniert, dass sie durch die She-Ra-Sendung ins He-Man-Universe mit rübergegangen sind. Das war natürlich irgendwie logisch. Ich meine, gut, Mattel hatte schon Barbie, ne, eigentlich für die Mädchen. Und dann hauptsächlich Mädchen, ja. Also, ich habe auch Verwandte, die mit Barbie-Puppen gespielt haben. Und ich durfte mir auch früher anhören als Kind so, ich hatte so G.I. Joe-Figuren, diese kleinen. Ja. Also, die gab es in Deutschland nicht, aber aus Portugal hatte ich die. Und auch dann die He-Man-Figuren. Und ich konnte mir auch immer anhören, ah, der Manuel spielt mit Puppen. Ach, krass. Das sind Action-Figuren. Was ist hier los? Die hauen sich auf die Fresse. Weißt du, wie die Puppen? Ich habe gestern noch in einer He-Man-Doku gesehen, dass einer der Script-Writer von Filmation die Figuren als Puppen bezeichnet. Die ganze Zeit. Wo ich denke, so, Alter. Und ich weiß, dass Mattel da sehr, sehr großen Wert drauf gelegt hat, dass He-Man nicht als Puppe bezeichnet wird, sondern als Action-Figur. Ja, aber gerade, weil sie auch das Action-Feature hatten. Richtig, genau. Deswegen ist es auf jeden Fall eine Action-Figure. Ja, also ich wehre mich da auch dagegen, das als Puppe zu bezeichnen. Ich habe da kein Problem. So, ich überlege gerade. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mit Puppen gespielt habe. Und selbst wenn, dann wäre es mir nicht peinlich, wäre es mir egal. Zum Beispiel, ich fand Regina Regenbogen cool und stehe dazu. Ja, jetzt kommst du mit Sachen. Stimmt, ey. Meine ganze Kindheit zieht mein inneren Auge vorbei. Also, wenn die Mädchen was Cooles hatten, so, dann hatte ich da auch kein Problem, mit das zuzugehen. Ich habe mir immer Polly Pocket gewünscht, zum Beispiel. Polly Pocket war auch ein cooles Konzept. Das Konzept war mega geil, so. Und das hätte ich halt gerne auf Jungs ausgerichtet gehabt. Gab es? Ich weiß noch nicht mehr, wie es heißt. Es gab sowas auch so adäquat für Jungs, so ein Imitat davon. Okay. Aber bei She-Ra nochmal ganz kurz. Die Figuren, die waren ja immer so zum Beispiel so ein bisschen zu frickelig. Da waren immer so, bei den Pferden war immer so Haar dran. Ja, da erinnere ich mich dran, ja. So was, und das ist immer schnell zerzaust und sowas. Und auch an den Figuren, die hatten so langes Haar. Aber die hatten halt viel so Firlefant, sag ich mal, so Kleinigkeiten dran, so Details, würde man sagen. Ja, das sah auch schon alles irgendwie cool aus. Und dieses Schloss hatte auch eine Freundin von mir, das war schon alles cool. Serie, kann ich mich auch nur ganz ehrlich, wir haben das alles geguckt. Also She-Ra, da war teilweise auch He-Man dabei. Dann war Hordak dabei. Ob dann He-Man, eigentlich so, wir haben das alles konsumiert. Wir haben das alles, da war auch nicht nur, das ist nur für Mädchen, das ist nur für Jungs. Und wenn, dann haben wir so gesagt von wegen, ja, She-Ra ist für Mädchen, saßen aber dann trotzdem so vorm Fernseher so. Ja, boah, ist das cool. She-Ra, She-Ra, da-da-da-da-da-da-da. Ach ja, gute Zeiten, gute Zeiten, gute Zeiten. Ich glaube, wenn wir jetzt mal in Retro-Perspektive uns nochmal anschauen von wegen, wie gut die Sendung jetzt ist. Wie sie geältet ist? Nee, generell so von wegen, wie gut sie damals war. So, ich glaube, weil es hat auf IMDb 7,5 und ja, wenn ich es versuche, nicht durch die Retro-Brille zu sehen, dann würde ich sagen, 7,5 ist okay. Hättest du mich als Kind gefragt, wäre es eine 10 von 10, weil, also, ich glaube, es hätte keine Sendung gegeben, die, abgesehen von Turtles, Jahre später, bei denen ich so ausgerastet bin, wenn ich die, also, wenn ich eine Folge verpasst hätte, für mich wäre eine Welt untergegangen. Das stimmt, jetzt, wo du sagst, also, He-Man war wirklich, hatte so einen ganz eigenen Stellenwert. Für mich kam dann so ein bisschen Mask, bisschen Transformers, aber das war nie so krass wie He-Man. Nee, genau, das waren so die Dinger daneben, darunter daneben und dann wurde He-Man abgelöst von den Turtles. Absolut, war bei mir genauso. Turtles war wirklich so das nächste große Ding. Richtig, genau, was wahrscheinlich sogar noch einen größeren Impact hatte. Ich glaube, ich glaube nicht, dass es irgendwas gab, was noch größer war als Turtles in unserer Generation. Ja, es gab die Batmania, so Batman Ende 80er, Anfang 90er, das war auch. Nicht so groß wie Turtles, Turtles, glaube ich, war. Turtles waren überall, immer wirklich überall. Turtles war, glaube ich, echt das Größte, und das heißt schon was, also, wenn man schon davon redet, von wegen größer als He-Man, ey, He-Man war schon kaum übertreffbar. Das ist so wie, als wenn du, ähm, als wenn du NSYNC mit, mit, äh, nee, das ist ein schlechtes Beispiel, ich wollte gerade sagen, NSYNC und Backstreet Boys kann man nicht vergleichen, aber es ist schon Königsklasse und dann findest du mit Turtles nochmal eine Stufe drüber, die eigentlich gar nicht existiert hat vorher. Ja, das stimmt, das stimmt, ey, Turtles ist auch ein richtig geiles Franchise, weil auch coole Figuren, also jetzt nicht nur Spielfiguren, sondern auch Charaktere einfach, ne, auch wieder einen geilen Bösewicht mit Shredder. Ja, mega Bösewicht. Geiler Henchman und so. Ähm, ja, aber wie gut ist denn He-Man and the Masters of the Universe gealtert? Wann hast du das das letzte Mal gesehen? Äh, vor zwei Wochen mit meinem Sohn das Intro wieder und dann hab ich halt weitergeguckt, so. Und wie viel Spaß hattest du dabei? Ich sag's mal so, ich kann's mir immer noch angucken. Ja? Ja, so, also es ist nicht unanschaubar, so klar muss man als Erwachsener diverse Dinge einfach übersehen, von, 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 ja, wie wir schon gesagt haben, von der Animation her und das alles in Relation sehen zu, von wegen, okay, die Mitteln waren halt so, aber ich sag immer noch, dass es eine gute Sendung ist, weil der Hauptcharakter super ist, trotz krasser Frise und pinker Unterbuchst, ja. Ja, warum hat sich nicht, wenn, wenn Prinz Adam, ich mein, also aus heutiger Sicht würde man das, würde man sich komplett drüber lustig machen, ne, die Frisur. Die Farbe, die Kleidung und so, warum hat der als He-Man nicht eigentlich dann irgendwie eine andere Frisur bekommen? Irgendwie so ein Mohawk oder irgendwie, oder noch längeres Haar oder so. Ja, weil diese Frise in den 80ern halt normal war, das war ja... Also bei uns war das nicht normal. Ja, aber auf Eternia. Ach, keine Ahnung, ey, lass uns, lass uns nicht drüber reden, wie er aussah, jetzt hätte, lass uns drüber reden, wie geil er einfach war. Ja, okay. Aber weißt du was? Ich glaube, wir sollten nochmal eine separate Folge irgendwann machen und mal wirklich diskutieren zwischen He-Man und, oder generell mal wirklich so die größten Franchises unserer Generation mal durchleuchten und diskutieren. Sehr gerne. Wo das steht noch. Genau. Und wir sind ja auch in anderen Städten groß geworden. Kann ja auch sein, dass zum Beispiel da, wo du herkommst, dass das nochmal einen größeren Stellenwert hatte, als da, wo ich herkomme. Dass man das einfach nochmal durchleuchtet und vergleicht. Das kommt auch immer ein bisschen drauf an, weil ich hatte, also, ich bin ja Portugiese auch und, also, ich war auch ein paar Wochen im Jahr immer in Portugal und da gab es zum Beispiel anderes Spielzeug. Da war viel so die amerikanischen Sachen, so G.I. Joe und sowas auch. Ja, ja, genau, die hier nicht existent waren. Genau, die kamen erst viel später und dann durch Toys R Us und so. Das ist dann auch nochmal eine Sache, wo man dann auch so Kindheit erlebt hat und wie man die erlebt hat. Ja, ich muss sagen, also hier mein Master of the Universe, ich hab da natürlich heute nicht mehr so viel Spaß mit wie damals. Das ist die kontroverse Meinung, von der ich gesprochen hab. Das ist halt, in meinem Kopf war das damals, der packt das Schwert aus, die zermoppen sich, die hauen sich auf die Fresse, so zumindest wie bei Terence Hill und Bud Spencer und so, ne? Das war nicht so. Jemand verteidigt sich immer nur, ne? Der greift nicht an. Das Schwert ist immer nur zur Verteidigung. Richtig, oder der wehrt irgendwie einen Schuss ab oder so, ne? Und dann schmeißt der immer hier und da einen von den Bösen irgendwie in Matsch oder sowas, ne? Und dann war's das. Und da war ich, als ich das erste Mal das wieder geguckt habe, vor, weiß nicht, 10, 15 Jahren oder so, hab ich zum ersten Mal das, ne, sag mal so 10 Jahre, hab ich das nochmal ausgekramt und wollte das so binge-watchen und hab so nach 3, 4 Folgen gemerkt, so, boah, nee, kann ich irgendwie grad nicht mehr so gut. Ähm, weil's mir dann doch auch zu repetitiv war und das war mir ein bisschen zu harmlos, aber dafür gibt's ja zum Beispiel die Version von 2002. Ja, die, äh, in der He-Man-Community sehr, sehr hohes Ansehen hat, äh, die ich auch gut finde. Ich mag die Neue, die, die, ähm, und ich weiß, da gibt's echt nicht viele und ich verstehe auch warum, weil Kevin Smith einfach falsche Erwartungen geschnürt hat, so von wegen, dass es eine reine He-Man-Sendung ist und dabei Tila aber mehr im Fokus steht. Ja, aber es gibt so viele Sachen, die ich finde, die sie richtig gut gemacht haben. Der Moment, wo, äh, Adam sich das erste Mal in He-Man verwandelt, ähm, ich habe, glaub ich, diese Sequenz bestimmt 200 Mal auf YouTube mir immer wieder angeguckt, weil ich die so episch finde. Super geil. Und ich hätte es genau, bin gleich fertig, Leute. Ich hab gedacht, als ich das gehört hab von wegen, okay, äh, ihr macht eine neue He-Man-Sendung, ich hab sofort gedacht, okay, wenn He-Man sich verwandelt, ihr müsst das zelebrieren, der darf sich nicht pro Folge drei, vier Mal verwandeln. Einmal, und es muss richtig episch sein, mit richtig Orchestermusik und, 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 ähm, da, wo, wo die Verwandlung so eine Minute geht und das richtig ausschlachten. So, und er hat's genau so gemacht und mir ist so einer abgegangen in dem Moment. Ey, bin ich voll bei dir dabei, ne, klar, vielleicht hat man andere Erwartungen gehabt, durch auch Aussagen von Kevin Smith, aber wenn, wenn man das einfach guckt, so von der Story her und so, das fügt sich alles gut zusammen. Richtig, sehe ich auch so. Es ist absoluter Fanservice und, klar, das wird häufig, heutzutage wird so sagen, ja, das ist halt Fanservice. Ja, okay, ich bin aber Fan. Richtig, genau. Aber wenn ich bedient werde, ist das doch total geil. Richtig, genau, es ist doch für mich gemacht. Ja, dann will ich das doch auch sehen und so, ne, ist natürlich dann so immer so ein Augenzwinkern, so zu den Spielzeugen von damals und dann kommt mal die Figur und das Stinkrohr kommt sogar vor. Richtig, genau. Also solche Sachen, so Figuren, die sonst eher so nebenher mal so Hallo gesagt haben und jeder kriegt irgendwie da so seinen Spot und auch diese ganzen verschiedenen Versionen von He-Man zum Beispiel, die da aufeinandertreffen und so. Ich hab das abgefeiert. Ich fand, das ist eine sehr coole Serie, die erste Staffel. Also ich feier das total ab. Ja, momentan ist die zweite noch nicht draußen. Stand heute, ja. Sie kommt noch raus, ich freu mich da sehr drauf. Da bin ich voll dabei, ja. Ich fand so diese The New He-Man oder New Adventures, da war ich nie Fan, weder von den Figuren noch von der Serie, kam aber auch zu einer Zeit, in der ich mich dann auch nicht mehr für Actionfiguren interessiert habe. Ja, ich fand die ganz, ganz schlimm. Für mich war das eine richtig große Enttäuschung. Also ich konnte, ich hab gedacht, was ist das? Das hat doch nichts mehr mit He-Man zu tun. Genau. Also mir hat das sehr, sehr, sehr weh getan als Kind. Also ich war wirklich enttäuscht damals, aber... Du warst auch verwirrt. Ja, ja, genau. Ich hab nicht verstanden, was das sollte. Richtig, genau. Und Skeletor sah ganz böse aus. Also das war echt, das war kein Fanservice. Nee. Ich finde es schön, dass du auch die Kevin-Smith-Sendung magst, weil ich hatte mal das Gefühl, ich bin der Einzige, der es gut findet, aber mich hat die voll abgeholt. Und ich werde auch hoffentlich bald eine Review für die neue Staffel machen. Manu, vielen, vielen Dank, dass du am Start warst. Sehr gerne. Dass wir hier ein Stück Kindheit nochmal durchforsten konnten. Ich danke dir. Und Leute, ich weiß, viele Sachen, die hier gefallen sind, findet ihr nicht super. Dürft ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, aber hey, jeder darf ja seine Meinung haben. Ich hoffe trotzdem, dass viele von euch hier Spaß gehabt haben. Postet auch mal gerne in die Kommentare, wer euer Lieblingscharakter war, was eure Lieblings-E-Man-Serie war. Mochtet ihr trotzdem auch She-Ra? Tobt euch aus in den Kommentaren und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder auf SeanDavidTV. Hallo Filmfans, ich bin die Jazz, Produzentin von SeanDavidTV. Wenn ihr das Video mochtet, lasst doch sehr gerne euer Like da oder abonniert den Kanal. Und wenn ihr uns noch mehr unterstützen wollt, dann geht das über Patreon. Einfach auf den unteren Link klicken, denn dafür bekommt ihr für einen kleinen Betrag exklusive Podcasts, in denen ihr namentlich genannt werden könnt und eure Fragen stellen könnt, die wir für euch beantworten. Das war es von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann!